Hallo, ihr Weinküchner betrefft den Kodom auf unserem Roasting-Kanal. Ja, ist doch ein schweres Wort. Jetzt haben wir ein kleines Bluffet-Game. Heute spielen wir das Brasilianische Spiel Obligano. One Night and Cherry Cheeses 2. Das ist auch schon cool. Greetings to... ...Brasil? Brasil? I don't know. BR? Brasil? I don't know. New Game Double Click if you want to play. Vorab natürlich noch ganz herzlichen Dank an unsere Unterstützer, ohne die das hier gar nicht machbar wäre. Vielen, vielen Dank Freunde. Urgent News. We need the Night Guard to check the place accurately and carefully. We need to have more care for children for tomorrow's show. ... 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 gesehen ich bin ja mal gespannt wir haben eine maske nicht habe ich keine oh oh was musikbog mal ist ein 1-9-1-9 Ich mach mal meine Musikbox hoch. Oh, die dauern ja eh mit, Leute. What? Da ist ja... Die Musikbox, der Rucksack ist da unten, verstehst du? Oh, die braucht ja ewig lang. Gibt's ja wohl nicht, oder? Aber hier kommt noch keiner. Oh, die Musikbox. What the hell? Ah, die Musikbox? Oh, die... Strange, strange... Guck dir mal meine Musikbox an. Ja, das kann sie natürlich nach hinten rausziehen. Wer kommt? Er kommt schon wieder. Oh, Leute. Solche Spiele muss ich mir antun. Moment, das ist ein bisschen schwierig, ne? Ja, hopp, 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 hopp. Guck ich die Gänge spielen. Die Musikbox. Sie braucht ewig und geht ruck-zuck runter. Ich... Ich... Ich hasse so die Spiele. Kumperschuhe da. Ich kann mich... Voll der Hasen. Ich kümmere mich lieber um die Musikbox. Oh, ne. Also, Leute. Wer... Wer denkt sich sowas aus? Ja... Also, ne kleine Chance zum Reagieren. Hätte ich halt schon gern noch, ne? Und jetzt... Ich kann... Ich... Äh... Jesus. Jo. Das war ja schon' Ein kleines bisschen peinlich, oder? Oder was meinst? Jo, lach noch dahinter. Oh, man! O hed... Da wird der Hut davor! Eee... Also, das haut mir jetzt auch nicht vom Hocker, ne? Habe ich eigentlich irgendwo eine Uhrzeit? 12 am? 12 am? Leute, super leicht, dass ich euch so ein Dreck zeige, aber ich leide ja auch und wenn ich leide, dann könnt ihr auch ein bisschen leiden, oder? Bum, 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 bum Kommt doch schon, ne? Ja, kommt schon, ne? Die nerven sich! Aber in die Office brauche ich ja eigentlich gar nicht gehen, weil er schaltet ja dann zur E um, wenn einer da ist. Und von dem her ist es easy. Also, ich meine, es ist ja wenigstens selber gemacht. Selber gezeichnet, also von dem her. Wunderbar. Wunderbar. Schau dich mal an, wie lange die Musikbox braucht. Oh ja, Mann. Wie viel Uhr war jetzt? Eine Uhr. Really? Die Zeit geht auch noch so langsam rum. Also, Alloah, ja, mein Glück. Wenn der Pfull, wenn der Pfull hier ab... Schlepp'n gleich mit dem Gerne. Mein armes Köpfchen, so zu sagen. Mein armes Köpfchen. Aber nur für euch. Nur für euch. Ich höre wieder auf der linken Seite. Die Zeit... Aber das zeigt mir wieder, dass das Spiel von einem sehr, sehr jungen Entwickler gemacht worden ist. Zwei Uhr. Zwei Uhr. Nö, Zwei Uhr. Alles easy. All easy. All easy. Komm noch? Ja. Ja. Weißt du, wenn... Wenn... Wenn die Musik... Wenn ich die Musikbox hier... Laden tue. Dann macht der mal immer... Dann macht der mal immer... Pö a pö in kleinen Balken dazu, oder? Aber... Wenn sie runter geht... Wenn sie runter geht... Macht sie mal eine doppelte Größe... An einem Balken runter. Ist auch unfair, oder? Also es... Es... Verliert doppelt so viel, wie es wieder dann... Letztendlich laden tut. Also nur halbe Geschwindigkeit. Im Gegensatz zum... Weniger werden. Ist nicht fair. Spiel. 4.00 Uhr. 4.00 Uhr. Gerade eben war noch 2 Uhr. Gibt es ein Incomment für Rosty Man? 4.00 Uhr. Immer noch 4 Uhr. Also... Also... Es ist wirklich... Kein Highlight. Nein! Aber... Wollte ich so sein... Man gibt ja jedem irgendwo eine Chance. Ob so oder so. Rosty gibt jedem eine Chance. Ich bin ja ein... Ganz netter Mensch eigentlich. Hab zwar einen anderen... Etz ich nur noch früher. Gerade eben war 2.00 Uhr. Mal 4.00 Uhr. Und jetzt geht es wieder ins. Ewig. 5.00 Uhr. 5.00 Uhr. Ich kann euch sagen. Ich bin ja schon froh, wenn die Nacht rum ist. Ja, 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 ja. Aber ich bin ja ja kein Unmensch. Kein... Kein Unmensch. Ich bin ja auch... Jetzt geht die Nacht wieder so langsam rum, voll horcht. You strike, you go say that, Freunde, oh, SMT, pack die Kuppe, wir hauen ab. Ja, Freunde, das war One Night at Cherry Cheeses 2, wir haben es durchgespielt, wir haben es gepackt. Wir bedanken uns natürlich bei euch fürs Zusehen, wenn wir uns freuen, wenn ihr wieder einschalten werdet auf unseren großen Kanal. Bitte bewertet doch das Video, schreibt was in die Kommentare, aktiviert die Glocke, und wenn ihr noch kein Abo habt, solltet einfach nur auf den Köpfchen drücken. Press the Head Button to subscribe, ansonsten genießt ihr Leben, habt Spaß. Aber bleibt gesund und übertreibt sich. Bis dann. Tschüss mit dir und liebe Jungs. Euer Sam Teddy und der Ossi. Mit der Minion und die anderen. Bye bye. Thank you. Bye bye. Bye bye, bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye.